Hallo Natch, willkommen zur nächsten Folge Bloodborne und ich gehe direkt weiter. Eher gesagt, fange neu an in dem Gebiet. Versuche meine Seelen wieder zu bekommen. Hier habe ich nämlich schon den Shortcut. Alter, okay, die Jäger bleiben nicht tot. Wäre auch zu leicht gewesen dann. Nein, komm, komm. Mann, ich kam nicht an den ran. Ah, jetzt aber. Och, wieder scheiß Timing. Aber doch geschafft. Oh, die Raben. Oh. Das ist alles so ungewohnt, dass die jetzt die Sachen so anders stehen und die Gebiete halt so gleich aussehen. Denkt man die ganze Zeit, man kennt das, aber man kennt es doch wieder nicht, weil alles hier ausgetauscht worden ist. Aber die Kugel ist wieder da. Okay, die hat nur zwei getroffen. Kommt der Jäger mit da her? Nee, anscheinend bleibt da hinten stehen. Jetzt frage ich mich, ob der Dicke da noch ist. Ja, der Dicke ist da. Aber den Grund ignoriere ich jetzt mal schön. Hier. Blut-Eurschuss nehme ich gerne, aber kämpfen will ich jetzt nicht. Dafür brauche ich nur wieder zu viele Sachen. Okay, wie mache ich es diesmal? Ich versuche es einfach mit Rennen. Hat ja schon mal geklappt. So, die erste weg. Äh, zweite. Dritte. Jetzt... Nein, nicht viel Esti hier. Jetzt passiert das gleiche wie letztes Mal. Jetzt stehe ich da direkt vor und kassiere den Schaden des Lebens. Okay, wo ist euer Jägerkumpel da hinten? Och nö, Waffe gefährdet. Wahrscheinlich tötet ihn das gar nicht. Oh doch. Sehr gut. Und ein Blutviole. Ach, hier ist noch einer von denen. Weiß ja echt nicht stark, wenn die nur diese verzögerten Molotow-Cocktails werfen. Kriegt man die wirklich ganz schnell weg? Hm, der ist auch kein Problem. Oh, der kommt nach oben. Mann, Mann, Mann. Will der mich nerven? Ach, das war der gar nicht. Das ist noch einer gewesen. Diesmal lasse ich mich nicht da reinlocken. Dann bleibe ich direkt hier. Okay, hier kann ich runter gehen. Und da wieder hoch. Also könnte ich hier gleich in das Gebiet reingehen und von da oben, dass ich das Item noch kriege. Oh, ich will erst hier meine Blutäschers zurück. Okay, hier unten ist der Weg versperrt. Also gibt es wirklich nur den Weg hier nach oben zu dem, der mich getötet hat. Ah, nicht gestäckert. Mann, warum passiert da nichts? Kann man den gar nicht stärkern, das wäre ja fies. Anscheinend nicht, weil das war schon eigentlich ein ziemlich guter Schuss. Ah, ich glaube, ich benutze hier einfach mal Blitzpapier. Ah ja, geht ja gar nicht auf der Waffe. Ganz vergessen. Ne, kann man echt nicht stärkern. Oh, das wird ein Ausdauerkampf. Achso. Wächst der? Gibt es vor, als wenn der größer wird. Und ich springe immer dann, wenn ich springe. Oh, jetzt hat er mich mal. Aber irgendwie... Raffe ich seine Taktik nicht. Oh. Schöner Sprung. Schreckt in meine Arme. Da fehlt jetzt nicht mehr viel. Ah, komm. Komm. Ah, ein Schlag. Ja, geht doch. Oh. Oh. Das war wahrscheinlich der Mann hier aus dem Fenster. Das habe ich gar nicht mehr in der Hauptstory gemacht. Das habe ich ganz vergessen. Wenn man dann mich zurückreißt zu dem Punkt mal, dann ist da dieser Mann, mit dem man geredet hat. Und der hat sich dann in eine Bestie verwandelt. Und der steht dann einfach da so rum. Den kann man töten. Und der droppt auch irgendwas, glaube ich. Oh, Nachricht. Der könnte das echt gut sein. Weil ich wüsste nicht, warum sonst so einer, der so stark ist, hier rumsteht. Einfach so als Spezialgegner. Vor allem, warum der mir nochmal sowas droppt. Das war hier der Feuerhammer-Abzeichen der alten Otto-Werkstatt. Ein Abzeichen hergestellt von der Otto-Werkstatt. Dem Vorläufer der Werkstatt. Ketzerischen Pulver. What? Was? Was ist die... Was ist die Werkstatt der ketzerischen Pulverfässer? Äh. Ja, große Waffen mit größter Komplexität. Toll. Okay. Tolle Pulverfässer, die irgendwann explosieren und mir Schaden machen sollen, wahrscheinlich. Alles Feinde von mir. Alles. Aber egal. Damit räuchte ich da auch nicht mehr hin. Sehr gut. Alter Jäger-Zylinder. Oh, jetzt kommen wir noch hier spezielle Hutsorten und so. Ganz raffiniert. Ich hoffe, das Gift für das Blut hier... Ah ne, das ist ja Blut, das ist ja kein Gift oder so. Einfach nur ziemlich blutig, der See. Boah, die machen... Die machen aber deutlich mehr Schaden, als die in Cainhurst. Und Gift? Unvergiftet. Wow. Wow. Ich kam da nicht weg an dem Stein vorbei und die haben mich die ganze Zeit abgeschossen, sodass ich mich nicht heilen konnte. Perfekt. Aber ich weiß jetzt, dass das der einzige Weg ist. Und ich die besiegen muss, irgendwie. Hm, wahrscheinlich ein paar Molotows vor der... Vorher auf die werfen oder auf jeden Fall einen von der Masse entfernen. Könnte auf jeden Fall der bessere Weg sein, als auf einmal drei oder vier Stück da auf einmal zu haben, wie ich. In dem Moment gerade war ich nicht wenig. Na gut. Aber das wird schon kein Problem sein. Ein paar Leute überspringe ich ja und den Rest besiege ich. Das ist aber fies. Ja genau. Ja genau. Ich will, dass du schlägst. Genau. Ach ja stimmt, meine Waffe ist gefährdet. Kann ich die... Habe ich irgendein Item zum Heilen der Waffe? Kann ich nicht. Ne, sieht eher schlecht aus. Mal schauen, wer noch mehr Schaden macht im Moment. 167. Ah ok, mach noch mehr Schaden. Aber drei Schläge für die ist glaube ich schlecht. Ja, muss ich auf jeden Fall... Ähm... Nächstes Mal beim Tod oder wenn ich wieder... Neue Lampe finde, zurückreißen. Hm, aber die Gegner verstehe ich immer noch nicht, warum die nichts machen. Ah schade, fast alle. Fast alle auf einmal. Ok, die beiden wollen sich ja wieder nur töten lassen. Mal schauen, ob ich auch die, äh... Blutations auf der großen Entfernung hier bekomme, aber ich glaube ich schon. Wer soll die mal schön weghacken? Hm, ja, da passiert's. Da hinten kann ich schon sehen, wo ich gestorben bin. Nämlich da oben bin ich durchgegangen, da durch die Tür. Oh, ja. Oh, ich hab mich schon fast wieder vergessen. Und dann da unten liegen irgendwo meine Blutechos. Oh, aber da geht's noch ziemlich weit. Aber was ist das? Ist das die Sonne da hinter diesen komischen Gezacke? Das kann ja keine Bauwerke oder so sein. Sehen wir in die Sonne. Oh, mitten in den Schuss reingelaufen. Und in den nächsten. Wow. Ja, ich mach echt keinen Schaden. Auch gut, erst nochmal auf die Knie fallen und dann tot. Bei ihm nicht. Er fällt einfach und ist tot. Na, na, na. Ihr beiden noch. Und der dritte. Und noch der andere große. Oh, hat er denn die noch in der Hand? Ah, jetzt treffen die mich nicht. In der Animation. Aber jetzt danach, wo ich mich noch nicht bewegen kann. Wunder ist auch viel mehr bei denen, dass sie keine Schlagwaffe dabei haben. Eben wirklich nur ihre Wurfgeschosse da. Und sonst nichts zur Unterstützung. Hier haben sie sich aber ziemlich schlecht für den Kampf dann vorbereitet. Mit der Ausrüstung. Und der letzte. Ah, meine Kondition ist auch immer sauschlecht. Ich brauche da unbedingt mehr. Okay. Und da oben noch die Tür. Da könnte ich auch hinrennen. Aber ich würde sagen, bevor ich da reinrenne, mache ich hier. Oh, Grasblut. Halt mir das mal mitten hier rein. Bevor ich hier weitermache, würde ich sagen, wende ich hier einmal die Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaut nächstes Mal wieder rein, wenn es weitergeht mit Blattborn. Also bis dahin. Hau da rein.